Hallo Leute und willkommen heute zu einem Spiel, wo man sich die Nägel macht. Ja, ja. Und wir versuchen jetzt mal, also wir machen einen schönen Stoff, so wenige Punkte, so wenige Sterne wie möglich zu bekommen. Hi, wie wär's mit Hallo Junge, Dame? Also wir tun jetzt so, als wären wir das Mensch da vorne, also die Kassiererin, also die, die die Nägel macht. Du wolltest schräge, Nägel, kriegst du aber nicht. Lass extra das Gegenteil machen. Ja, schadet nichts. Ja, was haben die gesagt? Ich will das machen, was die genau gesagt haben. Ja. Auf jeden Fall mache ich nichts anderes, zum Beispiel schwarz auf jeden Fall nicht. Ähm, was ist das denn für eine Farbe? Also, also das ist schwarz, aber am Ende wird das eine andere Farbe. Ja, ja. Okay, dann will ich ihnen mal glauben. So, fertig. Die sehen aber hässlich aus. Haben sie nie ihre Nägel geputzt? Ähm, das tut man doch hier, oder? Also, da wär's mir nicht so sicher. Aber okay. So, gemacht. Jetzt was soll ich aussuchen. Ich will bitte Accessoires. Hm, okay. Ich hab Accessoires gesagt. Das sind Accessoires. Aber die falschen. Egal. Ich geb diesen Laden null Punktzahl, wenn wir's falsch machen. Und wann werden die Nägel, ähm, schräg? Und rot. Was? Ich geb den Nadelladen keinen einzigen Punkt. Ich geh jetzt. Okay, ciao. Zwei Punkte. Immer noch nicht schlecht. Ich will einen Punkt. Stern, Mann. Zwei Sterne. Ich will einen Stern. Aber okay, wenn sich noch jemand mir anlegen will. So. Hallo, wie sehen die denn aus? Hallo, ich mache so gerne so bunte Nägel. Bunt, haben die gesagt? Okay, ich würde sie gerne so lassen. Ach. Also sollen die bitten sich gemein? Was? Ich bin gemein? Holen sie ab, wenn die nichts wollen. Okay, okay. Chillen sie. Ja, besser so. Was machen wir jetzt für eine Farbe? Nee, extra gelb, weil es weislich ist. Ähm, was machen sie mit meinen Lügel? Also ich mache es nur gelb. Gelb wollte ich aber schle- Schhh, leise. Es ist wirklich schwierig, mit ihr's gelb umzugehen. Pretty, sagen die. Es ist gar nicht pretty. Und wenn ihr nicht was pretty bedeutet, das wird schön. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Videos ich noch testen soll. Was ist das für Werbung, ja? Wann kommen wir hier raus? Ich möchte raus! Und zwischendurch, ich könnte hier auch schreiben, wie es euch in den Kommentaren geht, wenn ich so leise bin und ich sag. So wie jetzt gerade. So, jetzt werden wir ein hässliches auswählen. Was ist hässlich? Hm. Das ist hässlich dieses Ding. Und welche Farbe? Blau passt nicht dazu. Blau hat eine ganz andere Farbe. Hä? Das ist ja richtig cool geworden. Oha! Ich wollte eigentlich, das ist richtig kasselig geworden. Ich wusste nicht, dass das so cool ist. Aber trotzdem zwei Sterne. Boah, was machen die? Oh, das ist gerade der Lulu. Der meine Katze, Lulu. Wartet, bis die Werbung geht. Und wenn ihr solche Videos sehen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hätte mal gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute! Bis zum nächsten Mal. 18 Bis zum nächsten Mal.